Also dann dahinter. Und hoch. Okay, das ist mein Triebwerk gewesen. Alter! Ich hab da ein Problem. Ich brauch einen Sponsor. Ich brauch einen Triebwerksponsor. Einmal EDF. Alle Zähne verloren. So, wollen wir mal Hortenzinieren. Wobei, wenn wir zusammenfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, hoff ich nicht, machen wir mal auf 20 Millimeter. So, und hier reinschwenken und Tiefflug. Hier hat er schon wieder einen Lagerschaden. Ich muss hier nachtrimmen. Alles komplett vertrimmt. Was hört sich da so komisch an? Was war dir? Alter Schwede! Ist die schnell, ey. Nicht so Mio. Da müssen wir hier nachtrimmen. Ist die komplett vertrimmt jetzt. Ja, ich auch. 3,5,9. Da komme ich natürlich nicht hinterher. 3,5,9. Das wäre ja schlimm, wenn der nicht schneller wäre. Aber hast du gesehen, wie schnell der Akku leer genuckelt ist? Ach so? Ja, das war es schon. 3,5 Volt. Ach so? Da müssen wir die Displaygeschwindigkeit einhalten. Nein, ich kann schon noch ein paar Runden. Richtig. Die Susi regt sich ja schon einmal auf. Ja, da komme ich hinterher. Uiuiui. 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 Willst du mir was sagen, Dieter? Uiuiui. Ups. War jetzt aber noch ein Lichtspalter dazwischen, oder? Willst du mich an die Fräse zurückbringen? Du musst mir nur sagen, dass du auch einen willst. Jaaa. Ich muss ehrlich sagen, du redest mir jetzt sogar um die Focke Wulfastenleid, ehrlich. Ich habe die schon ziemlich liebgewonnen mittlerweile. Aber dich ja harten hätte ich auch nichts einzuwenden. Alter! Bist du mir inzwischen hin, oder? Und Breche durchgelaufen? Fast. Fast. Recht viel tiefer ausweichen hätte ich nicht können. Ich wollte jetzt gar nicht mehr zucken. Ich war mir gar nicht so sicher. Recht viel tiefer hätte ich nicht ausweichen können. Also ich muss mal landen. Ja, ich auch. Da bin ich mal gespannt, ob du da irgendwas in der Video auswählst. Ja, ich schätz mal so 80cm Abstand war das maximal. Ja. Oh oh. Alter! Stecken und Graben. 3,6 Volt. Der bremst ja gar nicht. Ich muss dich mal ins Bergkommando schicken. 3,6 Volt. Ich musste jetzt gerade ausladen, weil der Akku komplett leer ist. Ja. Voll gezogen. Perfekt. Nur so kriege ich die langsamer. Der war jetzt komplett leer. Ich bin jetzt da hinten. Der ist aus dem Himmel gefallen einfach. Ich habe jetzt nicht einmal mehr Zeit gehabt, irgendwie auf Wiese oder auf Dings auszuweichen. Der war jetzt komplett am Ende. Habe ich die Kamera wenigstens eingeschalten? Ja, ich habe nur einen Überschlag gemacht. Du hast deine Fahrwerke hier draußen. Ja, ich kann einfahren. So. Ich habe einen Dieter zur Landung gezwungen. Es kann doch nicht sein, dass mein Akku quasi länger durchhält als deine. Wobei ich muss sagen, meinen habe ich schon auch ganz schön gequillt. Und der hat so einen leichten Glimm-Effekt hier drin. Wenn man mal sagen muss, ich fliege hier auf 1300 mAh. So. So, so, so und so. So oder so. So oder so. Du da wieder. Jetzt habe ich es zweimal hintereinander probiert. Kein Problem. Das dritte Mal bleibt er hängen. Wenn man mal räumen muss, kann man sehen. Das wird sich jetzt nicht gut, dass irgendwas drümmeln muss. Ne, das muss ich vorher wissen. Also dann dahinter und hoch. Okay, das ist mein Triebwerk gewesen. Okay, an emergency landing? Ja. Irgendwas hat es da gefetzt, ja? Ach nee, wieder. Ich muss noch vor dem Weg rein. Das war Sicherheitslandung. Ach, die Triebwerke haben wir jetzt auch nicht lang gehalten. Das war jetzt einer von deinen Empfehlern, oder? Wahrscheinlich. Ja, das ist völlig befreit hier alles. Wo ist da die Kamera? Hier müsst ihr das sehen. Das ist komplett befreit. Alter, das ist ja... Das ist gar nicht der Ausgetauschte. Ich habe da ein Problem. Ich brauche einen Sponsor. Ich brauche einen Triebwerksponsor. 40 oder 55 oder 50er. Ich glaube 50er EDFs. Oder waren das 55er? Weiß ich nicht. Einmal EDF. Alle Zähne verloren. Balscher! 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 Vielen Dank.